Die Zahl der Neuinfektionen mit Corona und die 7-Tage-Inzidenz steigen weiter. Das sind die aktuellen Zahlen. 8400 positive Testergebnisse, 2762 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mittlerweile bei 44,2. Das RKI verzeichnet außerdem 22 weitere Todesfälle. 98,3 Millionen Impfdosen sind inzwischen in Deutschland verabreicht worden. Die Zahl der Neuinfektionen sind in Deutschland verabreicht.